willkommen zurück zu einer neuen folge von max pain nummer zwei so wir können hier nichts machen schade rausfahren ist also nicht aber noch bankheller die nehme ich mit tja vladimir sieht nicht gut aus na schauen wir mal wie wir das dann beenden springen doch einmal mit dem melodramatisch durch die gegend war zu erwarten wieso das ist trotz allem doch relativ linear das spiel und daher ich glaube so wirklich verlaufen kann man sich da nicht großartig ich dachte wirst tot das üben wir mal noch guck mal so geht das läuft hallo ich bin max er scheint nahe zu sein blad ich bin auf meinem Weg zu der konstruktion site jetzt Wintersen ich werde das machen ich mache sie beide für euch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann bewegen wir uns mal Nein, Granate Tut weh, tut sehr weh Gut, dann sollten wir die vielleicht erledigen, bevor die Granate geflogen kommt I was still a couple of blocks away from Vinny's place I had to get moving So, machen wir das halt einfach mal so Kamst du von oben? Ich glaube, hier draußen finden wir jetzt nicht allzu viel, oder? Das sieht man nicht so aus Ah, doch, irgendjemand ballert Da oben wahrscheinlich Hier ist absolut nix, okay Dann schauen wir uns hier doch mal um Das ist sehr einladend hier, muss ich zugeben Ich glaube, da möchte ich auch mal wohnen Hallo? Kein Dank, ich habe euch geholfen oder so Na toll Dachte ich mir doch, dass da noch einer lebt Die Stadt war ein Kampf Und ein Kampf war zwischen Vlad's Mann und Vinny's mobster Wer ist ein Mann mit nötigen Dick Justice Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Hat ja gerade gut funktioniert mit dem Schießen, na gut Passt Wir hätten uns noch den Rücken freigehalten, na komm, wir heilen uns nochmal runter Sicher ist sicher, speichern können wir auch nochmal Ich soll vielleicht nochmal wechseln, ja Hier leider keine Painkiller Und schon sieht's nicht mehr so rosig aus Gut, dann klettern wir hier mal rüber So Das ist ungünstig gerade, danke Die scheint sich da auch ein bisschen zu fetzen So Erst wieder oben gucken, ob da nicht noch was rumläuft Fass uns an den Kragen will Oder vielleicht sind ja hier noch ein paar Painkiller Das waren dann wohl Gegner So Versuchen wir das Ganze nochmal Na vielleicht sollten wir aufpassen, dass die uns da oben nicht erwischen So Das Ganze etwas schneller Zack Speichern Weiter geht's Jetzt seid ihr da oben erstmal dran Ah, da kommen wir auch noch rein Bringt das was? Ja, bringt was Hm Gut, die werden weg da unten Ah, das sieht mal einer Sehr nützlich Die Painkiller Hey Where the hell have you been? What took you so long? Where's the rest of you? You're the reinforcements Vinny promised us, right? Who else? Only it's just me The cleaners got the rest God damn it They're killing us like flies I guess one extra gun's better than nothing Okay, let's go Alright We'll head to the line We need to keep those Russians Away from the boss Yeah, keep them away from the captain Oh, I'm sorry Sorry, I know it's nothing to laugh about Deadly series The adventures of Captain Bighead Cocknitty Hey, enough We got a job to do Rainin cats and dogs here For I'm a rain dog too Ja genau, dann geht ihr mal raus Okay, ich dachte Wir können die irgendwie Ein bisschen die Arbeit machen lassen Leider kriegen die es ja Nicht so gebacken Das ging besser Das ging besser Wutsch I'm sorry, oh yeah Oh, and that's what we need to do I'll do that I'll do that Okay, I'll take care of you Thanks, I'll do that Überraschung. Gut, wir haben ihn erledigt. Dann sind meine guten Freunde aber leider auch tot. So, Kalaschnikow, bitte. Speichern. Wir gehen dann mal weiter. Wie triffst du denn mit der Schrotflinte auf die Entfernung? Sag mal. Wahrscheinlich hätten wir es noch etwas länger hier halten können, aber... ...wird auch so gehen, hoffe ich. Na toll. Okay, das ist nicht gut. Lauf, Max? Sieh mal an, wen wir da getroffen haben. Nein, Payne, nicht du. Warum ist das immer passiert mit mir? Payne, du musst mich helfen. Es gibt eine riesige Bombe hier. Wenn ich die Hände weg, dann flöge ich. Bye-bye, Vinny. Du bist ein riesige Schrotz. Du musst mich helfen. Wie ist das passiert? Die Russische hat mich verletzt. Ich bin der Klub. Ich kann helfen, du kannst ihn. Ich kann. Ich versuchte, du kannst mich aus dem, und ich kann helfen, du kannst ihn. Du hast dir einen Deal. Ich versuchte, du kannst mich aus dem, und ich bin bereit, dass ich mich verletzt habe. Aber ich bin bereit, um alles zu verletzten, um die Pläne zu verletzten. Payne, schau mich! Schau mich! Wir müssen da hin. So, ich glaube, das war jetzt auch relativ schwierig. Zumindest habe ich es relativ schwierig in Erinnerung. Gut, du bleibst hier, alles klar. Dann sollen wir erst mal aufräumen. Geht schlecht, wenn wir so wenig Leben haben. Geht schlecht, wenn wir so wenig Leben haben. Ah, okay. Da muss ich mich jetzt erst mal wieder konzentrieren. Beziehungsweise orientieren. Sieht man auch hier leider nicht so wirklich viel. Ich glaube, wir machen es jetzt einfach hier dort langsam und der Reihe nach. Da kommt der Nächste. Quatsch, 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 Quatsch. Ach, da oben ist einer. Die hatte ja eine Menge Zeug dabei. Okay. Nette Gesellschaft. War's das? Noch nicht ganz. So, die wären weg. So, die waren weg. Haben die eine Granate geschmissen? Aber wahrscheinlich bin ich da direkt ins Stinks reingehüpft. Ins Schussfeld. Nee, da kann ich echt nichts machen. Ich glaube, da muss ich echt mal eine Granate werfen. Das wäre vielleicht eine Idee. Meine Güte. So, durchladen. Den Rest erledigen. Ja, warte mal. Wir haben ja jetzt hier erstmal Folgen. Stopp. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao.